wir sind zurück bei mass effect 2 ich war ein bisschen fleißig wie man hier sehen kann ich habe mal ein paar ressourcen noch eingesammelt deswegen möchte ich mal schauen ich meine mich zu erinnern dass platin sehr gefragt war konnte man die forschungen konnte man hier oben nicht machen aber ich wollte auch noch hier kurz an den spinnt ich wollte nämlich was anschauen ich hatte mir doch genau ich hatte mir noch diesen visa dazu geholt den wollte ich auf jeden fall anziehen wenn wir dann mal das jetzt gemacht okay vielleicht wird das erst später zu sehen sein das ist nur musik brauche ich nicht dann muss ich noch mal kurz in den forschungsbereich geht das echt hier nicht jetzt bei upgrade nee das sind wohl nur die idee ich schon habe aber es kein problem dann gehe ich einfach noch mal raus und das müsste dann hoffentlich war das der bereich hier wenn ich dann ja genau auf der anderen seite glaube ich waffenkammer laufen wir jetzt einfach durch das werde ich mir vielleicht irgendwann merken können und hier schauen wir noch mal schiff verbesserung da wollte ich nämlich als erstes mal reinschauen das ist das dann dass ich darauf dass ich jetzt erforsche ja okay dann machen wir doch einfach hier schon mal die kanone dann ist die schon mal drin und dann brauchen wir ab jetzt halt noch hier das brauche ich nicht unbedingt denke ich mal aber wir brauchen 15.000 palladium da haben wir 13.000 und iridium ja wenn wir also das system hier ist jetzt eigentlich abgegrast ich wollte aber noch einmal ganz kurz eigentlich auf omega denn da hatten wir noch eine kleinigkeit zu machen deswegen fliegen wir hier noch mal hin da sieht man auch ich war bei bindur das war der letzte planet den ich mir noch mal angeschaut hatte ich habe glaube ich noch mal so ungefähr 20 tonnen verschossen ist jetzt relativ leer aber ein paar ressorten habe ich halt bekommen warum ich noch mal nach omega wollte war da ich ja bei der befeilung von art angel in datenfeld gefunden hatte und das wird eventuelle aria interessieren ich weiß nicht ob das irgendwann später wichtig sein wird aber es kann natürlich nicht schaden wenn wir in irne freundin haben wer hat ja ganz am anfang beim ersten treffen gesagt wenn man eins nicht haben will dann ist es sie als feinde haben und ja schauen wir mal und danach habe ich dann eigentlich vor zur citadelle zu reisen so ich möchte auf jeden fall garus mal mitnehmen und wie wenn da halt weil sie aktuell noch so unsere einzige biotikerin ist und ich habe zwei punkte mit häubung schutz den könnte ich mittlerweile mal nehmen allerdings habe ich schon brand moni und und disruptor moni ich gehe mal auf den adrenalin stoß dass der ja ein bisschen länger hält so bei ihr gehen wir einfach mal weiter auf serbrus officer und bei gauw hat man noch jede menge was hat er überhaupt für sachen der umbetäubung schuss das also ähnlich von dem was ich dann hätte überlastung braucht braucht nicht loyal das hier bräuchte loyal ok aber belastung könnte er schon haben oder das glaube ich recht ähnlich millionen da das sollten wir uns für die zukunft merken und das ist so eine generelle er wird besser dann nehme ich mal direkt zwei stufen und dann ja gleichen war es einigermaßen aus so sollte das dann passen die seuche vollständig eingedämmt ich habe suchanfragen nach berichten über gestartet die verschiedenen gruppen halten ihn anscheinend für tot für mich ist das okay Ja dürfen wir glauben guck mal mag der uns immer noch oder hat er jetzt eine andere meinung von uns Käpt'n geworden chef der worte einsatztruppe haben sie etwas zu berichten äh nö ich gehe dann mal gute arbeit weiter so der hat das anscheinend nicht mitbekommen komme ich ja auch ganz normal durch den fronteingang rein das ist derselbe wie von gestern ich stehe wohl auf der gästeliste vermute mal dass das hier der kürzere weg ist weil letzt mal sind wir hinten rum und hoch ging das glaube ich irgendwo außen da ist es nicht da geht es zum unteren level wo ging das denn hoch eventuell hier ich meine das wäre damals offen gewesen da sind wir gerade reingekommen wo komme ich denn zu aria hier ach da eventuell entschuldigung das sind dieselben wie vor innen hallo aria was brauchen sie erst mal hier ist hier was neues nein da ist nichts neues dann habe ich was für dich einer der söldner die hinter arg angel her waren hatte dieses daten pad dabei sie wären ihr nächstes ziel gewesen zeigen sie hier interessant würde mir wohl jemand erklären wie uns diese informationen durchs netz rutschen konnte ich ich gehe der sache nach danke für die information shepard ich werde wohl in meiner organisation ein wenig aufräumen müssen ja das könnte nicht schaden aber trotzdem hast du keine neuen sachen für mich danke vielleicht komme ich später wieder bis dann soldat gut fertig erfahrung ihr lauft hier lustig hin und her das spannende wird ich bin noch nie auf normalen weg auf das raumschiff zurückgekehrt würde das mit f gedrückt gehen dann gehen wir halt ganz normal zum schiff zurück vermute ich mal dass das so klappen wird er lässt sich nicht rein habe ich so im gefühl doch bereich auf die normandy bitte so haben wir omega nach dem jetzigen wissensstand nämlich abgehackt das heißt ich wollte auf die citadel weil dort halt änderten war mit uns sprechen wollte und bevor wir dann die weiteren gruppenmitglieder die im dossier noch vorhanden sind vom unbekannten bevor wir uns die anschauen will ich dann doch einfach da mal vorbeischauen und schauen was sache ist so das wird jetzt spannend ich bin noch nicht rausgereist aus dem system hier ich könnte mir vorstellen dass ich hier zum portal möchte wo ist denn hier die citadel hier kommen wir da steht dabei citadel und ab dafür so und dann bitte hierhin und in die umlaufbahn so lesen wir nochmal durch kennen wir zwar zum ersten teil aber trotzdem vermutlich von den längst ausgestorbenen roteanern erbaut dient diese gewaltige raumstation als hauptstadt des citadelrat die gravitation wird durch rotation simuliert und beträgt angenehme 1,02 standard g in den bezirken und luxuriöse 0,3 standard g auf den präsidiumsringen insgesamt gibt es 13,2 millionen lebewesen und dann die und sicher verankert und sicher verankert ja cool bleiben globale abklingzeit heißt das in anderen spielen die ich teilweise auch spiele mal gespannt wie sich die citadel seit dem ersten teil verändert hat ja jetzt müsste ich überlegen also eigentlich der hat jetzt auch hier die die überlastung was miranda hat und die frage ob ich den überhaupt ob ich überhaupt beide brauche ich möchte aber gar es auf jeden fall mal mitnehmen kommen nehmen wir die beiden mal mit naja jacob hat auch noch ein paar punkte zu vergeben das mache ich jetzt mal manuell weil ich ein paar mal nicht mit dem unterwegs war könnte halt sein dass wir insgesamt ein bisschen waffenlastiger sind so dann schauen wir uns erstmal an also hier sind wir mit dem shuttle angekommen rapid transit gibt es weiterhin die keeper sind auch noch da den hat man es damals wohl nicht zum vorwurf gemacht das rekoten ist ein 20 kilo eisenprojektil fühlen sie mal wie schwer es ist alle fünf sekunden beschleunigt das hauptgeschützer des schlachtschiffs der everest klasse auf 1 bis 1,3 prozent der lichtgeschwindigkeit es trifft mit der gewalt einer 38 kilotonnen bombe auf das ist dreimal so viel wie auf hiroshima abgeworfen wurde damals auf der erde das bedeutet sir isaac newton ist der tödlichste bastard im ganzen weltraum also soldat bonsheit wie lautet newtons erstes gesetz sir ein objekt in bewegung bleibt auch in bewegung sir für teilantworten gibt es kein lob sie maden sir außer eine andere kraft wirkt darauf ein sir geht doch ich nehme mal an selbst ungebildete esel wie sie wissen dass der weltraum ziemlich leer ist sobald sie diesen metall haufen abschießen fliegt er so lange weiter bis er irgendwas trifft das kann ein schiff sein oder der planet hinter dem schiff oder er fliegt weiter in die tiefen des weltraums und erschlägt in 10.000 jahren jemand anders wenn sie hier abdrücken versauen sie garantiert jemanden den tag irgendwo und irgendwann deshalb überprüfen sie wieder und wieder ihre ziele deshalb warten sie bis der computer ihnen eine verdammte feuerleitlösung berechnet hat und deshalb soll da schon geht da nichts mit augenmaß das ist eine massenzerstörungswaffe die feuert man nicht wie ein cowboy aus der hüfte an man hier geht es ja los ab was auch immer haben wir da drüben noch was dafür können aber sie müssen sämtliche verstärker ablegen ja ja das ist eine galaktische nachricht zwei jahre nach der zerstörung der destiny ist die planung einer flotte für die neuen alliierten citadel verteidigungsstreitkräfte erneut zum stillstand gekommen die asari republiken haben ihren anteil in der verantwortung für die verteidigung an die thurianische hierarchie abgetreten die allianz der menschen hält jetzt seit den hauptteilen der streitkräfte na gut so wo kann ich mich hier anmelden aber erstmal kann ich mit gar ausreden über die citadel ich hatte gedacht es wäre vielleicht nett zurückzukehren und zu sehen was sich alles verändert hat aber es ist genau wie früher schmutzige straßen skrupellose aasgeier gefängnisse mit drehtüren hier für sicherheit zu sorgen ist ein scheißjob genau deshalb bin ich auch gegangen naja aber diesmal bist du ja quasi ja privat kann man nicht unbedingt sagen aber zumindest musst du hier nicht mehr für die sicherheit sorgen obwohl deine kollegen fast aussehen wie du kann ich ihnen helfen sir ist die sicherheit streng es ist schon ein paar jahre her seit ich das letzte mal hier war die sicherheit scheint strenger gehandhabt zu werden nach dem angriff der gef wurde das sicherheitsprotokoll überarbeitet es gab kleinere veränderungen um das risiko einer infiltration durch die gef zu minimieren wir bedauern die unannehmlichkeiten man sollte meinen ein gef würde auffallen annahmen sind gefährlich wachsam sein sicher sein na gut danke für ihre zeit der nächste na gut dann gehen wir mal hier rein guten tag sitzen hier hinter der tür irgendwelche die einem zuschauen ich dachte mir schon dass sie wegen unserer waffen was sagen würden ausschalten was glauben sie ernsthaft ja ok verzeihen sie die unannehmlichkeit unsere scanner zeigen falsche werte an sie scheinen zu glauben sie wären tot ähm das könnte auch hinkommen ich war nur fast tot aber versuchen sie mal das auf regierungsformularen zum ankreuzen zu finden hey wir müssen das für sie in ordnung bringen warum reden sie nicht mit meinem captain er steht direkt hinter den scannern auf der rechten seite ok ich nehme das mal als ein g durch sie müssen ihn schon ein bisschen zum schreien bringen er wird ihnen nichts erzählen solange sie nur fragen ich weiß wenn ihnen das auf den magen schlägt oder sie angst davor haben gemeldet zu werden kann ich mich darum kümmern nein sir ich werde schon damit fertig mhm äh guten tag ich bin tot ja ich sehe das problem schon commander shepherd meine konsole behauptet sie wären tot ähm kann ich beweiden dass ich ich bin befürchten sie nicht dass ich ein schwindler bin und meine identität nur vortäusche wir haben die besten scanner der ganzen galaxie uns reicht für einen dns test eine haut schuppe verdammt wenn sie unregistrierte gen modifikationen haben finden die sogar das raus ok ähm wie kriegen wir es dann am schnellsten hin ihr sergeant sagte sie könnten mir da behilflich sein normalerweise müssten sie zunächst von der sicherheitsverwaltung der station ihre ids reaktivieren lassen dann zum zoll und zur einwanderungsbehörde um die citadel betreten zu dürfen anschließend vermutlich ein ausflug zum finanzamt ein jahr tot ist eine beliebte ausrede bei steuerflüchtigen also aber wie ich sehe sind sie ein vielbeschäftigter mann was halten sie davon wenn ich einfach diesen knopf hier drücke und wir betrachten die sache als erledigt ähm darfst du es könnte nicht einer von uns oder sogar beide dafür ziemlichen ärger bekommen die dns scanner in dem tunnel lassen sich nicht täuschen sie sind sie warum in langen schlangen warten und unmengen nutzlosem papierkram ausfüllen um zum selben ergebnis zu gelangen der rat macht alle strikt nach vorschrift es hat jahrtausende gedauert um das alles niederzuschreiben manchmal muss man einfach auch mal was ohne ratsbeschluss erledigen ok dann es war unkonventionell aber machen wir mit formalitäten haben sie es nicht so was doch absolut solange sie niemanden davon abhalten seine arbeit zu machen so ich habe ihnen soeben etwa neun tage rennerei erspart in anbetracht dessen sollten sie nun im präsidium bekannt geben dass sie noch am leben sind der rat will vermutlich mit der person reden der sie ihre jobs verdanken ok wo geht es da lang wie kommt man am leichtesten von hier unten ins präsidium durch den sicherheitskontrollpunkt und dann mit einem öffentlichen shuttle ok zugang zum rat und den ressourcen der spektors wäre hilfreich ja der rat kriegt alles das ist das beste an der arbeit für c sicherheit wenn du ausrüstung informationen oder geld brauchst kriegst du es auch wie auch immer brauchen sie sonst noch was oder kann ich wieder zurück an meine arbeit ähm weiß ich nicht ob du interessante sachen weißt ja anscheinend schon ähm was war denn das da am anfang dieses gespräch mit äh fragen äh antworten rauskriegen ich habe ihr gespräch gehört ein bisschen zum streien bringen wir sind hier nicht auf dem präsidium die müssen sich nur sorgen um demonstranten außerhalb der zonen zur freien meinungsäußerung machen und um pudel die auf ihren rasen kacken hier unten gibt es drogen organisiertes verbrechen und mord streifendienst in einem bezirk das ist wie streifendienst in new york city manchmal muss man eben das regelbuch des rats vergessen c sicherheit hat sich verändert mhm und der muss eigentlich schon eine dälle im tisch haben so oft wie er da drauf haut mit der einen hand bei meinem letzten besuch hatte c sicherheit noch keine menschen als captains c sicherheit hat große verluste erlitten als die gef das präsidium gestürmt haben die spezial eingreiftruppe hat es besonders schwer erwischt ab da wurden bewerbungen von menschen nicht mehr einfach abgelehnt sie brauchten nachschub für die uniform und wir hatten die meiste erfahrung na gut also quasi weil nichts besseres da war erzählen sie mir von diesem ort alle bezirke sind mehr oder weniger multikulturell aber die anderen vier werden von asari thorianern oder salarianern dominiert in sakera gibt es größere enklaven von volus elkor und hanar und in shin akiba gibt es eine handelszone der menschen es laufen auch ein paar krogane rum und neulich habe ich sogar ein quarianer gesehen nein ist nicht wahr der hauptteil der schäden durch den angriff der sovereign wurde anscheinend bereits repariert das präsidium war ziemlich durchlöchert natürlich haben sie das als erstes instand gesetzt alle bezirke wurden von trümmern getroffen als das schiff explodiert ist die schäden waren aber größtenteils nur oberflächlich und die kieper haben alles recht flott wieder hingekriegt den taseri bezirk hat es am schlimmsten erwischt ein riesenbrocken schlug in der nähe der delinaga konzerthalle ein da räumen sie heute noch schutt weg und arbeiten an der energieversorgung och die schöne konzerthalle ich muss mit dem rad sprechen wie komme ich von hier aufs präsidium durch den sicherheitskontrollpunkt und dann mit einem öffentlichen shuttle achja das hatten wir schon ich muss jetzt gehen sagen sie bescheid wenn sie noch was brauchen so dann sind wir jetzt hier auf der schilder der herangekommen ich finde die neuen karten schön und dann würde ich mal sagen dass wir uns wahrscheinlich in der nächsten folge hier ganz in ruhe umsauen umsehen werden und mal schauen was man hier so alles bekommen kann von daher sage ich erstmal bis dann zum nächsten mal und